Hallo, ich grüße dich. Ich habe dir heute eine Geschichte von Rudolf Otto Wiemer mitgebracht. Sie heißt die Chance der Bärenraupe. Keine Chance. Sechs Meter Asphalt. Zwanzig Autos in einer Minute. Fünf Laster, ein Schlepper, ein Pferdefuhrwerk. Die Bärenraupe weiß nichts von Autos. Sie weiß nicht, wie breit der Asphalt ist. Weiß nichts von Fußgängern, Radfahrern, Mopids. Die Bärenraupe weiß nur, dass jenseits Grün wächst. Herrliches Grün. Vermutlich fressbar. Sie hat Lust auf Grün. Man müsste hinüber. Keine Chance. Sechs Meter Asphalt. Sie geht los. Geht los auf Stummelfüßchen. Zwanzig Autos in einer Minute. Geht ohne Hast. Ohne Furcht. Ohne Taktik. Fünf Laster. Ein Schlepper. Ein Pferdefuhrwerk. Geht los und geht und geht und kommt an. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis bald.